Ein Jahr lang Kisten öffnen auf TikTok und wir haben noch kein Gold bekommen, wir haben zweimal Rot bekommen und dreimal Rot sogar, dreimal Freunde, zweimal Inheritance AK und einmal die Deagle Print Stream, das waren sehr schöne Tage, aber heute gehen wir rein, Gamma 2 Case und wenn da heute Gold rauskommt Freunde, es wäre so geil man, es wäre einfach der Hammer. Ja, so langsam musst du mal kommen oder? 365 Tage auf TikTok und wir haben nebenbei noch so viele Cases aufgemacht im Stream, einfach so just for fun, ey, komm, heute ist es soweit, ich spüre das man, ich spüre es im Herzen, ich habe Herzklopfen ohne Ende, Anlock Container, wir gehen rein bitte, komm komm, heute muss einfach Gold kommen, das wäre der Hammer, genau an Tag 365, oh Gott ist das hässlich. Das ist ja, also das muss ich sagen, 0,9, der meint es auch richtig gut mit uns heute, ja? Tag 365, den hässlichsten Skin, den wir jemals bekommen haben, im schlechtesten Zustand, den wir jemals bekommen haben, GZ-Mann.